Hallo und herzlich willkommen bei Kirchborg TV. Schön, dass du reingeklickt hast. Liebe Kirchborgianer, zu diesem neuen Ankündigungsvideo darf ich euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich bin gerade im Auto, ich bin auf dem Weg und wir alle befinden uns ja auch gerade auf dem Weg. Wir sind im Advent und das Ziel des Advents heißt Weihnachten. Und zu Weihnachten gibt es hier auf Kirchborg TV zwei Angebote für euch, die ich jetzt eben ankündigen möchte. Zum einen am 24. Dezember gibt es ab 18 Uhr den Gottesdienst. Darauf freue ich mich sehr. Gute Leserinnen und Leser, musikalische Leckerbissen und mit der Predigt bemühe ich mich natürlich auch noch einmal besonders, dass um 18 Uhr am 24. Dezember und am 24. Dezember ab 23.30 Uhr der Film Massar, also ein Kurzfilm mit Darstellerinnen und Darstellern von den Ministranten, Firmlinge und anderen Personen aus seitigen Oberflachen. Auch darüber freue ich mich sehr. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude an diesem Kurzfilm wie wir bei der Erstellung von selbigen. Nun denn, das soll es gewesen sein an Ankündigungen. Euch allen alles Gute. Noch eine gute Restadventszeit. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.